So Leute, da sind wir wieder bei Vigas Hilf, ihr Jutes, der Nien, Sevi. Alles klar! Und wir machen weiter mit dem nächsten Teil der Karte, sagen wir so. Dann, wo wir stehen geblieben sind. Oder so. Wir haben jetzt nicht von Flecken gehört. Ich muss seit 7 Stunden pinkeln. Wann du mir hier nicht hinpinkelst, ist alles gut. Ich möchte einmal... ...wie zu jedem Park beginnen. Ja, ich sehe gerade, dass ich hier gute Würfe habe. In Anführungsstrichen. Gut. Ja gut, die ist besser als der Rotz, den du sonst hast. Ja, stimmt. Oh wow, ich kann eh nur 2 Bonus drauf haben. Äh, nein, nein, schon. So. Gut. Oh. Guten Tag. Ähm. Mhm. Was war das jetzt? Ach, naja. Da sind ja wichtigere Leute. Oh, Zelda konnte ne Flasche. Ja, ich guck erstmal. Achso. Äh, ich guck erstmal das, was wir so häufig nehmen und dann pletter ich die zweite Kategorie durch. Ich guck erstmal, was sonst noch da ist. Mein Kürmer braucht ja auch die Nachtschwörmerkette. Der braucht ja die ganzen Nachtschwörmersachen. Oh. Ja, das kann man machen. Ja, das ist ja nicht schlimm. Ja. Ja, das ist ja nicht schlimm. Ja, gut. Ich brauche nur eine. Wir teilen sie brüderlich. Oder schwesterlich in dem Sinne. Äh, was möchtest du denn? Ähm, guck mal bei den Apfelmedaillen, was da noch ist. Hier, dann mach mal bei Finsternis. Ja. Ja. Ja, mach die mal ruhig. Die Angeln würde ich sicherlich noch öfter unterwegs sein. Ja. Ja, ich guck erstmal, was sonst noch da ist. Zum Beispiel das Horror-Kit wäre mir jetzt persönlich wichtiger gewesen. Ja. Ah, interessant. Ich fand es so viel. Was ist denn? Na, ich denke, wenn wir mehr für die haben, sind die vielleicht auch interessanter. Ja. Ja, also ich fand es eigentlich... Ja gut, sie hat nämlich jetzt hier nicht umgehauen, aber... Kaum vielleicht noch. Also Tetra war jetzt auch nicht so das, das sehr gelbe Formal. Ja, aber du hast ja schon kaum gefallen. Ja, also mir hat es nicht so gefallen. Vielleicht trifft es ja dein Geschmack mehr. Da ich hier eh grad gleich noch irgendwas spiele. Vielleicht wirst du das mal machen. Wollt ich was denn? Oder... Was hab ich hier denn? Aha. Hm? 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 Weil ich war mir sowieso drauf achten, dass wir nicht so viel Schaden zu kriegen. Ja. Das ist eigentlich ganz nice. Sehr schön. Dann hab ich jetzt wieder meine Impie. Ich mach mal anders hin! Ah, wen nehm ich denn? Sorry, so viel Ausbau? Ich hab noch auch gemassert. Deswegen haben wir den. Ah, Tetra! Malin hätten wir noch als Wasser. Ich glaub ich probier Malin. Okay. Du kannst gleich mal ein bisschen IP sammeln. Ja. Wie das so aussieht! Ach, Tingle spielen wir eigentlich lustig. Aber eigentlich auch weil es der halt Tingle war. Ja. Was das war, er ist es. Ja. Er ist der einzig wahre. Aber ich habe schon ein Feuercharakter. Ich hab ja die Hoffnung, dass mir Maring jetzt ganz gut gefällt, dass ich mit nem Wassercharakter hab. Ich mach Musik! Was? Oh ja. Das ist cool! Mir gefällt! Wieso? Das ist ein Damm-Horfen. Das streitet sich in meine Instrumentensammlung ein. Das streitet sich in meine Instrumentensammlung ein. Das streitet sich in meine Instrumentensammlung ein. Das ist eine Nasein. Ja. Ähm. Ich habe keine Y. Ja. Ah, okay. Oh, das sah doch gut aus. Der kann mit mir leben, wenn ich muss. Das ist die Leute, die mir voll ein Bein ausgerissen haben. Wieso läuft da ein Timer? Das habe ich auch gerade geklappt. Wir hätten uns vielleicht durchlehnen sollen, was man hier machen soll. Das ist auf jeden Fall eine Krabbelmine. Wir haben uns jetzt mal geöffnet. Hauen wir den Kaps. Oh, der toll nachweist. Ich hoffe, ich habe die K.O. noch ein wenig hoch. Hast du das gerade hinterher? Nein. Oder noch besser, ich bewache unsere Festung wieder Felsch. Ich muss jetzt mal drüber machen. Sie kommen nicht zu gut über uns! Malung, was ich unter dem haben. Und mit Boten! Mit Boten legt man sich generell nicht an. Das ist eine ganz gefährliche Spezies. Wo ist er denn? Oh nein. Oh, wie der andere ist. Eigentlich waren es zwei Boten, aber... Schau mal, ich ziehe das. Ah, ich ziehe das. Ich muss noch keine Qualität aufmachen. Mal sehen, wie viele DLC-Charaktere noch bekommen mit Instrumenten. Mal sehen, wie viele DLC-Charaktere noch nicht. Mal sehen, wie viele DLC-Charaktere noch nicht. Was ist denn das? Ich kann doch Melody in meinen Kader aufnehmen. Mal sehen. Die steht dir auch besser als zu mir. Ich f춰ck diesen Ball so cool, der erinnert mich an weg den Kythos. Fällt euch nicht wissen, aus welchen Halt es ist, checkt das letzte Day aus. Wisst nicht, was ich gekasst hab. Das reicht sehr gut, aber man. Aua. Ja, mit Lichtcharakter bin ich mir als Epone eigentlich auch schon geblieben. Da brauche ich ja keine. Epone? Nee, ist das da ja. Äh, Melody. So. Der muss doch schon über die erste Mensch unterhalten. Ich hab mich gerade bei MC gedacht. Wieso dann? Nee, hier sieht Waffe an. Oh, wir sind hier schon fertig. Oh, süß. Habe ich das gewusst? Immer mehr töten sollen. Gott gereicht. Es war ja ein Zehrang. Ja, klar. Trotz Sinn, wir sind Perfektionisten. Ein bisschen. Hey, man muss gucken, wie man Fahrt weiter geht. Ja. Ich hab mir das auch nicht aufgepasst, wo wir hin müssen. Ja, nach Norden wäre ganz gut, damit wir Richtung Ruto marschieren können. Ja, klar. Aber ich meine jetzt, ob wir jetzt A, B, C oder Y brauchen. Ja. Den Rang Y brauchen. Was ist das denn für ein Rang? Den müssen wir noch finden. Ja, hier wird mir besiegen müssen. Aber hey, die Vaginata hat es gereicht. Yay! Yay! Ich glaube, ich hatte schon ein stärkeres. Gibt, glaube ich auch. Ach, was. Ich glaube, am Anfang nehmen die das auch noch nicht so ernst. Ich bin Chris. Oh. Ich bin zu 60. Da ist das Name voll scheißegal, wie man nennt. Hm. Ich hab's überlegt. Ja, nämlich Dingle. Ich nehm' Volga. Ich frage, welches Drache Bein nehm' ich. Ha. Ich bau' n' Schwert. Hey, der ist n' Drache. Hallo! Hallo! Ich bin irgendein Mund so creepy, mhm, sowieso falsch, es ist so aufgenleitbar, hier fliebe ich doch viel zuhause, außer Heidink. Hallo, ein bisschen Konfetti aus, Simon, stell her. Der Konfetti-Scheißer ist zurück. Frage 1. Besiege den Fall mit dem Heutel. Au. Auf den richtigen Fall besiegt. Lass mich durch, ich befehle es dir. Frage 2. Versiege den Fall mit der Laterne. Hinter mir, ich gebe ihn ja. Aua, lass das! Tut mir nicht weh, lass mich in Ruhe! Ich will dich nicht anvisieren! Nein, immer noch nicht! Bist du fertig mit Konfetti-Scheißen? Ja, ich gebe vorgespräch. Entschuldigung, ich habe den anderen von live gehalten. Das ist doch alles Konfetti-Scheißer. Das ist es wirklich! Wusste ich wäre, wenn das Konfetti nie bleiben würde, und dann wüsste ich mich dann langweilerschein. Wäre auch ein bisschen creepy. Aber cool! 1-3! Versiege den Fall mit dem Helm! Das ist der Schöne! Das ist der Schöne! 2-3! 2-3! 2-3! 2-3! Toll! Gönn mir hier auch nichts! Der ist alle freundlich beantwortet! Yay! Oh! Seit ihm haben sie sich ein Bein rausgerissen! Das ist ja auch Tingel! Tingel ist Kult! Du gehst mir nur bis zum Knie! Ich tanze ein Po-Boogie-Boogie! Der macht mich froh, Boogie-Boogie! Tada! Der Bombe gefällig! Ich bin der Bote! Ah! Nein! Tschüss! Tschüss! Ja, ja, Katze, blau! Ah! Das ist ja egal! Die sterben Ehre mit einem Schlag! Ich... Ich suche... Ich will das nicht! Ah! Pfff! Pfff! Ähm... Wie das ist? Suche neue Let's Play Partner! Bitte! Wohl eher Jute sucht neue Partner! Ich will uns als Firma darstellen! Nicht, dass ich das alleine habe! Das ist ja nur ein Treffer! Meine Güte! Stell dich nicht so an, Sefi! Ich habe mich gerade selbst geschlagen! Hat sie sowas gesagt? Hä, ich das kann so... Das war so ein Aufweckklatschen! Gegen die Backen! Und ... Das war so das Motel ist, ob ein Fisch-Demachter! Es ist nur ein Wichtig! Ich denke an das Moteln. Ja! Ich dachte gerade, da ist ein UFO-Lach geflogen. Äh, ich gut fehl. Aua! Ich wurde getroffen von so einem kleinen Teil. Scheiß aber auch. Also, ich stand da und habe mich einfach so ein kleines Teil angedätscht. Ich glaube, hier mit einem Viertelherzen kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich fühle mich schlecht. Ich freue mich. Bitte ganz. Mir geht's nicht gut. Ja, Lana, träg mal in die Wunde rein, du blöde! Das war best! Alles wird gut. Ich denke, das ist gut. Warum Elubieren zum weiterkommen? Dann kriegt Lana eben keinen Herzcontainer. Es ist ja nicht so, als wenn wir Lana wirklich bräuchten. Chic ist nicht mehr generell vergeblichbar. Äh, ich muss suchen hier. Was machen wir denn? Äh, ich glaube Bomben oder Kastonband. Haben wir das schon? Hm, nein, nein. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Sonst setzt doch erstmal, ähm... Müde. Ja, ein Kompass, ne? Ja, ich meine, aber es ist ziemlich offensichtlich, dass es das kleine Knüdelding da in der Ecke ist. Ich glaube nicht, dass man das wegbrennen kann. Echt? Das ist ja, glaube ich, für ein normalen Busch. Ja, ich glaube, es sind entweder Bomben oder Kraftanwand. Naja, da hier nur Botten sind momentan. Ja, da sind sie doch nicht. Ich will mich mit dem Buch selbst erschlagen. Da sind zwei Bombers. Ey, guck mal. Die erste Richter auf alles. Das ist aber auch schwer. Ja, komm, Rockett, du lächelst mich schon so an. Guck mal, der hat nur Sternbonus, Doppelbonus, was will man mehr? Wiederum gegriffen. Hallöchen! Ja, siehste, ist schon was vor. Jetzt ja. Komm, wir gehen uns ja schießen. Links oder rechts? Wo willst du hin? Da ich mehr rechts stehe, gehe ich rechts. Es wuselt eben da in der Mitte. GOMA! Wir hätten das mal aufmachen sollen. Ja, ich sag doch, du stürzt so ein bisschen. So, tschüss. GOMA, lass mich beruhen. GOMA? GOMA nue, nidi. Oh, des Ding, nam Na thực. Grakt MRN... Solいました! Äh, das ist… Das sind die doch alle genauso. Also die Guma macht das ja auch ziemlich leicht, ne? Man hätte nur gerade noch Bomben drauf gehabt. Ich! Mission Komplett! Guma ist tot! Ich weiß nicht, warum? Ich habe mich gerade mit meinen Laser Augen um meine eigene Achse gedreht. Ich bin nur so vorbei raus! Mich kann halt fliegen! Oh ja, stimmt! Das haben wir ja auch! Das finde ich steht ihr sogar richtig gut! Damals als hätte man es noch für unmöglich hielt, dass das Horror-Kit in Heim Warriors auftaucht. Näh! Und schwupp bist du da! Das gibt's doch nicht! Ich weiß! Ja, ja. Wir sind zwei. Fissen wir alle. Oh, na gut! Ich weiß! Yay! Ich weiß! Das war schon sehr. Ich weiß! Was ist das? Was geht doch mit den Bomben! Nö! Da dachte ich mir, das sieht nach Kraft nochmal aus. Dann müssen wir irgendwo erst Kraft am Abend finden. Das Dings, wir können ja nur quasi hier B-Rang einmal machen, müssen wir entweder zweimal machen. Ich sehe ja auch nirgendwo das Kraftamt, wo ist denn da? Ach da. Ja, dann müssen wir so zweimal machen. Aber das machen wir im nächsten Part. Schon wieder? Mann, die Parts fliegen ja wirklich. Meine Güte! Das gibt's ja gar nicht! Und wie jetzt schon angekündigt hat, ist der Part jetzt auch schon wieder mit dabei. Ja, mit dabei. Der Part ist jetzt zu Ende. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dahin und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüssi! Ciao!